Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es war eine lange Zeit, dass ich auf das Handy gearbeitet habe und es war, glaube ich, die größte Kulisse, vor der ich gespielt habe. Ja, eigentlich wie immer ein bisschen nervös, natürlich, aber die Vorfreude hat überwogen. Ja, wir schauen, wie viele Einsatzminuten ich noch bekomme dieses Jahr und diese möchte ich so gut wie möglich nützen und ansonsten spiele ich weiterhin bei den Amateuren und versuche dort mein Bestes zu geben. Es wird sicherlich ein interessantes Spiel, die Bullen werden eine große Brust haben nach dem Europa-Cup-Halbfinaleinzug, aber wir werden unser Bestes geben und versuchen mit so vielen Punkten wie möglich zurückzukommen.